Der Flughafen Tegel, einst West-Berlins Tor zur freien Welt, ist heute ein einzigartiges Architekturdenkmal. Kurz vor der Schließung des Flughafens nehmen wir sie mit an Orte, an die normale Passagiere sonst nie kommen. Wir sprechen mit dem Architekten des Flughafens über die glanzvolle Vergangenheit von TXL und blicken mit den Projektentwicklern in die Zukunft. Herzlich willkommen am Flughafen Tegel. Mein Name ist Christoph Rauhuth und ich bin der Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin. 46 Jahre lang war dieser Flughafen in Betrieb. Demnächst wird er schließen. Bevor das passiert, nehme ich sie heute nochmal mit auf eine Reise durch das Gebäude und über das ganze Gelände. Und wir fangen an in der Vorgeschichte. Zur Unterstützung der Berliner Luftbrücke entstand hier, damals im französischen Sektor Berlins, schon 1948 die damals längste Start- und Landebahn Europas. Als die Teilung Deutschlands immer fester zementiert wurde, wurde auch der Plan verworfen, den im Ostteil der Stadt gelegenen Flughafen Schönefeld zum gemeinsamen Großflughafen auszubauen. Tempelhof war aufgrund des gestiegenen Luftverkehrs zu klein. West-Berlin brauchte einen eigenen neuen Flughafen. Hierfür wurde ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem 68 Entwürfe eingingen. Gewonnen hat den Wettbewerb die Hamburger Architektengruppe um Maynard von Gerkern und Volkwien-Marc. Absolute Neulinge, die gerade frisch von der Uni kamen und als Wettbewerbssieger zwischen 1968 und 1974 das Mammutprojekt Flughafen inklusive der Zufahrtsstraßen, Brücken und Nebengebäude planen und bauen durften. Eröffnet wurde der Flughafen am 1. November 1974. Die West-Berliner können ihren Traum von grenzenloser Freiheit über den Wolken nun von einem brandneuen Flughafen aus real werden lassen. In Tegel ist ein moderner Terminal entstanden. Der neue Airport soll den traditionsreichen Flughafen Tempelhof ablösen als Brückenkopf West-Berlins zum Bundesgebiet. Die Baukosten betrugen über 500 Millionen D-Mark. Geplant als Flughafen der kurzen Wege galt Tegel bei seiner Eröffnung als der modernste Airport der Welt. Ausschlaggebend hierfür war der dezentral organisierte Flugsteigring. Im Inneren sorgte der Ringschluss dafür, dass ein Verlaufen unmöglich ist. Man kommt immer wieder am Ausgangspunkt an. Weltweite Aufmerksamkeit erreichten die Architekten für ihre Idee der Drive-In-Vorfahrt und der dezentralen Abfertigung. Mit dem Auto fährt man über die innere Vorfahrt direkt vor das Gate, steigt aus und in weniger als 50 Metern ist man am Flugzeug. Das Einzigartige, jedes Gate hat seinen eigenen Abfertigungsbereich. Inklusive Check-In, Gepäckaufgabe, Pass- und Sicherheitskontrolle. Und das ist das, was viele Gäste am Flughafen Tegel so lieben. Und hier am Gate A05 treffe ich nun den Mann, dem wir das alles zu verdanken haben, den Architekten Meinert von Gerkern. Guten Tag, Herr von Gerkern. Guten Tag. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier willkommen in Ihrem Gebäude. Sie haben ja damals einen Wettbewerb gemacht, direkt aus dem Studium raus, direkt gewonnen. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee für ein solch großes Projekt, ein so bedeutendes Projekt wie den Flughafen von West-Berlin überhaupt als junges Architekturbüro oder als junger Architekt einen Beitrag einzureichen? Solche Ausschreibungen sind mal diese, mal jene. Mal ist es ein Kindergarten, mal ist es eine Schule, mal ist es ein Krankenhaus, mal ist es ein Bürohaus. Und mal ein Flughafen. Ganz, ganz selten ist es auch mal ein Flughafen. Und da ich zu dem Zeitpunkt, als ich gerade mein Diplom gemacht habe in Braunschweig, mich mit einem Flughafen befasst habe, indem ich eine Diplomarbeit über den einen rein fiktiven Flughafen in Hannover entworfen habe, lag es für mich da, einfach mitzumachen und im Selbstvertrauen zu glauben, dass mir etwas Gutes dazu einfällt. Sie hatten ja eine besondere Idee für diesen Flughafen, der sogenannte Drive Check-In. Man fährt mit dem Auto vor und ist auf einem ganz kurzen Weg direkt am Flugzeug. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Das war ja damals ganz neu. Das liegt auf der Hand, wenn man sich klarmacht, dass die immer größer werdenden Flughäfen immer längere Fußwege zum Folge hatten, insbesondere in den USA. Und der Wunsch, nicht mit viel Gepäck bis zu irgendeinem Abfertigungsschalter laufen zu müssen, sich immer mehr verstärkte. Und das als ein besonders Privileg galt, wenn man auf dem kürzesten Wege vom Flugzeug direkt an das eigene Gepäck gelangen konnte und dann wieder in die Stadt fahren konnte. Was ihn aber besonders macht, ist im Gegensatz zu vielen langgeschränkten Flughäfen, die die gleichen Voraussetzungen hatten, war die Tatsache, dass es ein geschlossener Ring war. Das war damals die zentrale Idee. Tegel war der fortschrittlichste Flughafen der Welt, als er eröffnet worden ist. Ja, das ging sogar so weit, dass als diese Prämierung veröffentlicht wurde und in der Weltpresse erschien, dass alle Leute, die etwas davon verstanden sagten, das ist der Flughafen der Zukunft. Die werden alle in Zukunft so aussehen. Dass es nicht so gekommen ist, hat zwei schwerwiegende Gründe. Der eine hing damit zusammen, dass im Flugverkehr die Frage der Sicherheit, der Sicherheit von Passagieren und aber auch der Sicherheit der Flugzeuge, Flugzeugentführungen und all das immer mehr zunahm. Und aus diesem Grunde es notwendig wurde, die Passagiere, wenn sie von der Landseite in die Luftseite wechselten, zu kontrollieren. Das kann man natürlich, wenn man ringförmig die einzelnen Schalter anordnet, schlecht an einer Stelle konzentrieren. Das ist dann dezentral angeordnet und hat zur Folge, dass man jeden dieser Kontrollpunkte personell besetzen muss. Das ist natürlich ein Kostenfaktor. Das war der eine Grund. Der zweite ist absolut absurd. Inzwischen ist es so, seit vielen Jahren wissen wir das jetzt, dass Flughäfen nicht mit Start- und Landebahngebühren ihr Obolus verdienen, sondern beschaffen sich ein Nebenbrot durch Geschäfte und das hat eine Größenordnung angenommen, dass heute die Flughäfen mit diesen Nebenannahmen mehr verdienen als mit dem Fliegen selbst. Jetzt sitzen wir ja hier im Terminal und sehen teilweise noch die originale Ausstattung und ein Element, was ja den Entwurf wirklich kennzeichnet, sind Dreiecke. Man schaut an die Decke, man schaut auf den Boden, man schaut auf den Grundriss, man schaut in den Schnitt immer wieder das Dreieck. Warum? Unser Statiker Poloni sagte, dass bauen wir Flughafen aus einem Teil. Das ist natürlich nicht ein Teil geworden, aber es war, ideell war es ein Teil. Es war ein Grundmodul, aus dem man im Grunde genommen alle anderen Attribute und Ergänzungen, Stühle, Tische, Garderobenständer, Telefonzellen, was auch immer, alles haben wir aus einer Melodie gespielt. Natürlich kommt dann auch ein bisschen Eigenwille hinzu. Das war im Grunde genommen eine Willkürentscheidung, also eine ästhetische Entscheidung, um ein Stück Identität zu schaffen. Ja, zum Flughafen gehört ja mehr als nur das Terminal, durch das die Passagiere durchkommen und wo die Flugzeuge ankommen. Zu Tegel gehört ja noch viel mehr. Was haben Sie damals alles geplant? Alles, was Sie hier auf diesem Gelände sehen. Von den Straßen, über die Rollwege, über die Parkplätze für die Flugzeuge und alle Nebengebäude, also alle Frachtgebäude, die Hangars. Und haben Sie sofort den Auftrag für alles bekommen oder Sie haben den Wettbewerb gewonnen? Nein, man hat uns ja gefragt, wie uns das überhaupt gelungen ist, diesen Auftrag zu bekommen. Das war für uns die viel größere Überraschung. Nicht, dass wir vielleicht zufällig gewonnen haben, weil uns das eingefallen ist, sondern wie man jemandem, der noch nicht mal eine Garage für einen VW-Käfer gebaut hat, einen solchen Auftrag dieser Dimension geben konnte. Und da habe ich mir eine Taktik ausgelegt, Vertrauen zu erwecken. Ich habe gesagt, gebt uns einen kleinen Teil, was auch immer, wo es immer beginnt, natürlich zunächst etwas, was sekundär ist und nicht was primär ist. Und wir geben uns die beste Mühe und zeigen Ihnen, dass wir das gut machen. Und wenn wir das gut gemacht haben und Sie damit zufrieden sind, dann geben Sie uns den nächsten Schritt. Und das haben wir fast bis zum allerletzten Moment durchgehalten. Herr Werkenz, da bin ich vor ungefähr einem Jahr ja zu Ihnen gekommen und habe gesagt, wir stellen diesen Flughafen unter Denkmalschutz und nicht nur den ganzen Flughafen, sondern die Anlage. Wie haben Sie da reagiert? Was passiert mit einem, wenn man ein solch wichtiges Werk gebaut hat, Ihr erstes großer Auftrag, Ihr das Büro begründet hat und das Ganze zum Denkmal wird? Das hat natürlich Euphorie in unserem ganzen Büro ausgelöst. Es ist ein Wohlgefühl der Anerkennung durch die Öffentlichkeit, das Publikum, die Menschen, für die wir als Architekten ja eigentlich tätig sind. Wir sitzen jetzt in einem Bereich, der für Passagiere sonst auch zugänglich ist und wir haben aber jetzt noch die besondere Möglichkeit, auf das Gelände zu kommen und auch uns noch Nebengebäude anzuschauen, zu denen man sonst nicht hinkommt. Tegel, das ist nicht nur ein Terminal, sondern eine gesamte Anlage, die durchgeplant ist vom Städtebau bis ins kleinste Detail. Eine Gesamtanlage und ein Gesamtkunstwerk und deshalb auch als gesamtes Unterdenkmalschutz. Das ist die Klimazentrale, da ist der Schornstein, der war auch mal andersfarbig und hier ist die gesamte Heizung vom gesamten Flughafen ist hier unter der Erde, teilweise auch in der Tonne und der Versorgungstunnel, der geradlinig von hier nach da verläuft und das gesamte Gebäude mit Energie versorgt. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier und steigen aus und schauen uns das doch nochmal genauer an. Also das sind jetzt Frachtgebäude hier drin oder die ersten Teile gehören zur Energiezentrale und das andere sind, die dann anschließend sind, zweigeschossige Frachtgebäude. Das heißt, Luftfracht, die hier ankommt und zwischengelagert wird, wird dort eingelagert und dann wieder mit anderen Maschinen vortransportiert. Ein modulares System, was letztlich auch erlaubt, immer wieder zu erweitern, neue Räume anzugliedern, also auch auf Erweiterung des Geländes ausgelegt. Ja, das setzt sich dann, diese Kette setzt sich dann fort in Sanitärgebäude, Sanitätszentrale, die ist, dann gibt es eine Feuerwehrzentrale, das ist ein Gebäude, das fächert sich doch da auf, dass die Feuerwehr so strahlenförmig aus dem Gebäude möglichst schnell herausfahren kann. Das ist dann da vorne an der Ecke und ändert zu guter Letzt in dem Hangargebäude. Ja, und dieses Hangargebäude, das schauen wir uns jetzt nochmal an, oder? Okay. Das ist das größte Gebäude, was es hier im Flughafen gibt, oder zumindest das höchste, oder? Ja, ist so. Und dann gibt es aber jetzt hier eine ganz besondere Konstruktion, ein Riesentragwerk, das dort hinten auf drei Stützen aufliegt. Das ist eine gewaltige Spannweite hier rüber. Und die Tore können dann hängen. Und ganz aufgehen, das ist auch ein Riesenvorteil. Das ist der große Vorteil, genau, ja. Wir können ja hier jetzt direkt rauslaufen. Sie haben in Ihrem Berufsleben ja ganz viel gebaut, riesengroße Gebäude weltweit. Welche Rolle nimmt Tegel da für Sie immer noch ein? Es ist, es ist, heute gibt es so was wie Startups. Die fangen klein an und werden immer größer. Aber es war unser Startup. Man kann sagen, angesichts der größten Ordnung war es ein Start great. Und es hat uns auch in unserer Entwicklung, der folgenden Entwicklung mit den anderen Bauaufgaben hineingeführt, in einer Dimension unter Architekten und Bauleuten auf der Welt, die ihresgleichen sich in dieser Häufung nicht wiederfinden. Und heutzutage sind wir als Berlinerinnen und Berliner unglaublich stolz, dieses Gebäude von Ihnen geschenkt bekommen zu haben. Ich freue mich sehr, dass Sie uns hier heute begleitet haben und diesen wunderbaren Ort nochmal mit uns entdeckt haben. Der Flughafen Tegel ist ein junges und ein besonderes Denkmal. Und als Denkmalpfleger freut man sich natürlich besonders zu wissen, dass die Gebäude und auch die ganze Anlage in der Zukunft weiter genutzt werden. Was hier genau passiert, das werden wir jetzt besprechen mit Philipp Boutelier, der Geschäftsführer der Tegel Projektgesellschaft ist. Ja, Philipp, wir arbeiten ja schon lange zusammen und ihr plant hier, wie es mit Tegel nach der Schließung weitergehen soll. Was für ein Gefühl ist das, so eine Aufgabe zu haben? Also erstmal, der Abschied von Tegel fällt der Stadt schon schwer, weil er ein ungewöhnlich klug konzipierter Flughafen war. Aber dass Tegel irgendwann ein Ende haben wird, das war ja schon in den 90er Jahren klar. Damals wurde das geschlossen. Und unsere Aufgabe ist nun seit acht Jahren, uns zu überlegen, was machen wir mit dem Gelände. In diesen acht Jahren sind sehr spannende, tolle Planungen entstanden. Aber das Gefühl, nachdem du gefragt hast, ist tatsächlich eins von einerseits Wehmut, dass es hier jetzt wirklich zu einem Ende kommt. Andererseits natürlich riesiger Vorfreude auf das, was wir dann endlich, endlich umsetzen dürfen. Viele Gebäude werden ja in der Zukunft auch eine neue Nutzung bekommen. Was genau habt ihr geplant? Jedes Gebäude ist speziell und bekommt auch eine ganz besondere Nutzungsart. Wir bewegen uns jetzt im Augenblick auf dem Dach von Terminal A. Terminal A wird eine Hochschule. Hier zieht die Beuth-Hochschule ein und wird einen Urban Tech Campus etablieren. Also alles, was mit urbanen Technologien, mit Stadttechnologien zusammenhängt. Direkt angrenzend. Wir gucken jetzt im Hintergrund, haben wir das Hauptgebäude, Terminal B. Das wird ein Gründer- und Innovationszentrum. Da werden wir auch Kongressmöglichkeiten haben. Und das ist besonders schön, weil wir die Pracht des Gebäudes auch im Inneren wirklich ganz toll zur Geltung bringen können. Jetzt gibt es ja hier große Flächen zwischen den Gebäuden. Momentan fahren die Flugzeuge da noch lang. Was passiert damit in der Zukunft? Alles zwischen den Gebäuden sind entweder Verkehrsflächen, wir haben hier eine große Verbindungsstraße, oder Baufelder. Und auf diesen Baufeldern, das sind etwas kleinere Grundstücke, wir nennen es die Wuselzone, weil wir uns ein wuseliges Leben von kleineren Firmen vorstellen. So ein bisschen wie die Garagen im Silicon Valley. Mal gucken, wie weit das wirklich Realität wird. Was dann eingerahmt wird auf der anderen Seite eben von den Bestandsgebäuden, den Versorgungsgebäuden. Man sieht da drüben Lufthansa Cargo. Daneben, da ist das Catering-Gebäude auch. Da gibt es die Überlegung mit der Club Commission, ob man nicht in das Gebäude zumindest für Jahre der Zwischennutzung oder vielleicht sogar dauerhaft einen Club reinbringen könnte. Und was besonders spannend ist, sind die Hangars. Das sind ja riesige Konstruktionen. Und da wird langfristig die Feuerwehr reingehen. Und die werden dort die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie etablieren. Das wird eine der modernsten europäischen Trainings- und Ausbildungseinheiten für Rettungskräfte im urbanen Feld. Das wird sehr, sehr spannend. Und dann gibt es ja noch die Flugzeughalle, wo auch getestet wird. Mit der Lärmschutzhalle, die ja wirklich ein reiner Funktionsbau ist. Ja, das war ein Turbinenteststand. Was kann man damit in der Zukunft machen? In der frühen Phase hatten wir mal aus einem städtebaulichen Werkstattverfahren ein ganz tolles Bild, wo eine große Rave-Party stattfand. Und das war die Bühne. Die war unter dieser Lärmschutzhalle untergebracht. Vielleicht wird das so ein Ort, den man nutzt für Veranstaltungen, für Öffentliches, für was Besonderes. Müssen wir mal gucken. Aber das heißt, der Charakter des Geländes wird über die Bauten, die alle bleiben und neue Nutzungen bekommen, bestehen bleiben? Wenn man so ein Projekt macht, dann ist man dankbar für einen historischen Kern, der dem Ganzen einen Nukleus gibt. Und von diesem Nukleus aus, von diesem historischen Kern aus entwickeln wir alles anderes. Und dieser Sprung von der Vergangenheit in die Zukunft ist was Tolles. Und er stammt ja architektonisch aus einer Zeit, in der man noch an die Zukunft glaubte. Also er hat so etwas Retro-Futuristisches in seiner Architektur. Und das wieder aufzugreifen und spielerisch weiterzuentwickeln, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Wieder aufgreifen heißt für euch auch, dass ihr wirklich bis auf die Details geht. Es gibt ja Signaletik, es gibt einzelne Ausstattungselemente. Auch all das wird wahrscheinlich in der Zukunft dann noch bleiben und dem Ort diese spezielle Aura geben, die Identifikation bleibt. Es war, es ist ein Flughafen, dann war es ein Flughafen in Zukunft und dieses Erbe, das wollen wir auch bewahren. Denn Flughäfen sind ja unglaubliche zivilisatorische Leistungen. Und was gibt es Schöneres, als so einen Flughafen, so ein Zivilisationsbauwerk als Ausgangspunkt für die Zukunft von Technologie zu nehmen? Vielen Dank, dass du uns hier ein paar Schritte durch den Flughafen begleitet hast und auch uns über die Zukunft von Tegel erzählt hast. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich mich auch, sehr gerne. Auch wenn der Flughafen Tegel bald schließt, als Denkmal wird er den Berlinerinnen und Berlinern erhalten bleiben. West-Berlins einstiges Tor zur Welt wird hoffentlich für viele Generationen zum Ort neuer kreativer Ideen, zu einem Ort der Bildung und des Lernens, zu einem Ort, der unser Leben ähnlich prägen wird, wie der Flughafen das Leben der Berlinerinnen und Berliner bis jetzt geprägt hat. Wir vom Landesdenkmalamt wollen auch in Zukunft Ihnen Besonderes und Wissenswertes über Berliner Denkmale zeigen. Schauen Sie also in unseren Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.